Hallo, heute habe ich noch mal einen Tag für euch und zwar wurde ich auf Instagram getaggt zum Nail Polish Tag. Letztes Jahr habe ich schon mal die 20 Nail Facts About Me ins Leben gerufen und das fand auch super, super viel Anklang. Falls euch das interessiert, schaut unbedingt mal auf meinem Instagram Account vorbei, müsst ihr halt ein bisschen scrollen, aber ist auf jeden Fall noch da und ich dachte mir, da ich auf Instagram diesen Tag schon gemacht habe, mache ich einfach hier auf YouTube jetzt diesen Tag und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach los. Ich blende die Kategorien auch wieder ein, damit ihr sehen könnt, was als nächstes kommt und ich würde sagen, los geht's. Meine liebsten Nagellackmarken. Ich habe mehrere und zwar zeige ich dir auch mal ganz kurz jetzt nicht unbedingt stellvertretend diese Reihe oder so, sondern einfach geht es jetzt um die Marke. Und zwar wäre das einmal P2, auch Trended Up. Misseln ganz, ganz klar. Also ich liebe Misseln-Lacke so sehr. Die sind wirklich gut. Ihr bekommt die online und auch beim Müller. Ja, aber online bekommt ihr sie, meine ich, wesentlich günstiger. Deswegen solltet ihr online gucken, wenn ihr könnt. Manhattan hat auch wirklich tolle Lacke. Vor allem die Last & Shine Reihe. Die hat es mir absolut angetan. Die sind so gut. Die halten lange. Also wirklich, wirklich toll. Und natürlich Essie. Mir gefallen von Essie nicht alle. Ich habe da auch schon ein paar echte Reihenfälle gehabt. Aber wenn es mal eine besondere Farbe in einer LE gibt, dann muss ich zuschlagen. Und ich kaufe meine Essie-Lacke auch ganz gerne online bei Schnäppchenschloss, weil die da einfach in der Regel wesentlich günstiger sind. Und 4 Euro statt 8 Euro oder so sind schon ein Unterschied. Und da kann man sich dann auch mal ein, zwei mitnehmen. Glänzend, Glitzer oder matt? Alles. Definitiv alles. Weil ich mich da nur ganz schwer festlegen kann. Das ist immer so eine Sache der Lust und Laune. Ich trage super gerne auch metallische Nagellacke. Ich trage gerne matte Nagellacke. Ich kombiniere auch gerne matte Lacke mit einem metallischen oder glänzenden Lack. Ich mag auch Cremelacke ganz gerne. Das Einzige, was ich über überhaupt nicht mag, sind Sandlacke. Also damit kann man mich jagen. Und was ich auch nicht so furchtbar gerne mag, sind Lacke, die zu schier sind. Also so ein bisschen schier ist okay. Aber ganz, ganz schier ist nicht so meins. Wie oft ich mein Nagellack wechsle, hängt ganz davon ab, wie lange der Nagellack hält, wie viel Zeit ich habe und wie viel Lust ich habe. Das kann schon mal sein, dass ich einen Lack eine Woche drauf habe, weil er mir super gut gefällt, weil er gut hält. Manchmal ist es aber auch so, dass ich ihn am nächsten Tag schon wieder runter mache, weil mich irgendwas total nervt, stört oder es enorm Tipwear gibt oder so. Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich versuche für die YouTube-Videos immer so höchstens zwei Videos mit dem gleichen Lack zu haben. Aber das klappt halt auch nicht immer. Also das ist immer ganz unterschiedlich. Und ja, man hat halt auch nicht immer Zeit, sich die Nägel zu lackieren. Welche Nagellackfarben ich am liebsten trage, das kann ich pauschal so gar nicht beantworten, weil das liegt auch wirklich an meiner Lust und Laune. Meistens trage ich tatsächlich sehr deckende Farben, kräftige Farben oder helle, aber trotzdem intensive Farben. Ja, ich trage gerne Pink, Rosé, Rosé Gold. Also Rosé ist immer so eine Sache. Es kommt auf den Ton an, wenn es so ein bisschen kräftiger ist und nicht so Leberwurst-mäßig. Ja, ist das ein Wort? Ja. Also Leberwurst-Nägel... Ich finde Nude zwar schön, aber es kann nicht jeder tragen auf den Nägeln. Also zum Beispiel aus der P2 Nude Benefit-Reihe mag ich eher die dunklen Töne und die passen auch einfach besser zu mir. Ja, also schon allgemein kräftige Farben. Pink, seit kurzem auch Rottöne, also so eher Bären-Rottöne, dunkelrot. Und ich liebe auch Lila oder so changierende Farben. Ja, absolut meins. Dunkel oder hell? Ja, was soll ich dazu sagen? Pastelltöne stehen mir meistens nicht so, auch wenn ich sie wunderschön finde. Da kommt es wirklich auf die individuelle Farbe an. Weiß trage ich eigentlich auch ganz, ganz selten. Ich trage aber dennoch gerne helle Lacke, wenn sie einfach zu mir passen. Das Gleiche gilt für dunklere Farben. Wobei ich doch eher dazu tendiere, dunklere Farben zu tragen. Und ja, eigentlich gemischt. Es muss einfach passen, sagen wir so. Ja. Was ich momentan auf den Nägeln trage, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Und zwar ist das von Manhattan, Rosy Wood. Und auf dem Ringfinger habe ich dann noch den On the Dance Floor als kleines Highlight sozusagen. Also ja, das trage ich im Moment auf den Nägeln. French Nails. Das ist so Anfang 2000. Nee, nicht mehr so. Also ich habe ganz, 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 ganz früher mal ein bisschen... Ja, vielleicht war ich da. Ich habe mal welche getragen, aber das ist so lange her und nee, nicht mehr so mein Ding. Jetzt wird es saisonal meine liebsten Winterfarben. Ich orientiere mich jetzt nicht gezielt an einer Jahreszeit, aber ich merke trotzdem, dass sich mein Geschmack zu den verschiedenen Jahreszeiten ein bisschen ändert. Soll heißen, ich habe gar kein Problem damit, im Winter einen knallpinken Nagellack zu tragen, wenn ich darauf Bock habe. Dennoch ist es aber so, dass ich zum Winter hin und zum Herbst hin entsprechend wärmere, beziehungsweise so typische Herbstfarben gerne trage oder auch gedecktere Töne, dunklere Töne. Ich habe mich jetzt auch mit Beherentönen angefreundet, also zum Beispiel Thigh-High oder die beiden Lacke, die mir die liebe Sam im Tauschbäckchen geschickt hat. Die zeige ich euch mal kurz. Das sind die beiden Lacke, die sie mir geschickt hatte. Sind für mich ganz, ganz tolle Winterfarben, aber ich trage auch gerne mal so dunkelblau und solche Sachen. Gold, Glitzer, ja, so wie ich einfach Lust habe. Meine liebsten Sommerfarben? Ganz, ganz klar. Einmal Viva Antigua von Essie. Das ist aus einer LE aus dem letzten Sommer. Ich liebe Türkis, Petrol und solche Farben. Und dieser Lack. Das ist wirklich einer meiner allerliebsten von Essie. Der lässt sich so toll auftragen. Ja, und natürlich Meowteful von Manhattan. Das ist so eine geile Farbe. Den habe ich auch mehrfach im Sommer getragen und werde es auch wieder tun. Definitiv. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe zwar tatsächlich mehr Lust auf solche Farben im Sommer, aber es kann auch mal sein, dass ich eine Winterfarbe einschmuggel und mir wurscht, ob es ausgefällt. Also da gibt es irgendwie kein richtig oder falsch, finde ich. Indies oder Mainstream? Damit sind die Marken gemeint. Und wie ihr gesehen habt, bin ich schon eher bei den Mainstream-Marken. Aber ich habe jetzt kurz vor Weihnachten einen Lack bekommen von der Marke Love The Polish. Und die ist definitiv unbekannt. Es ist eine australische Marke und auch noch ein Hololack. Und den habe ich auch in einem meiner Videos getragen und da wurde ich auch schon darauf angesprochen. Und für diejenigen, die sich gefragt haben, was ich so getragen habe. Unter anderem war das dieser Lack. Das ist Shangri-La von Love The Polish. Boah, was ich auf meinen Nägeln so gar nicht mag, ist gelb. Ja, ich mag gelben Nagellack überhaupt nicht. Leberwurstfarben, weil es mir einfach nicht steht. Hellgrau, steht mir nicht. Ja, helle graustichige Pastellfarben, die ich meistens wunderschön finde, aber an mir Katastrophe. Ja, das sind so die Farben, die ich nicht mag. Ich habe zwar nur diesen und einen weiteren Hololack, aber ich liebe es. Ich finde es wunderschön. Ich liebe Holol, ich liebe Chrom, ich liebe Duokrom. Sowohl bei Nägeln als auch bei Highlightern. Also ich mag auch super, super gerne Glitzer-Holo. Holol ist mir sogar noch ein bisschen lieber, weil es nicht so chunky ist. Und ja, I'm holosexual and I know it. Hololoooo. Ja, das war es schon mit meinem Nailpolish-Tag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt ja eher was für diejenigen, die sich gerne die Pfoten lackieren. Trotzdem hoffe ich, euch hat mein Video gefallen. Ich tagge die Mrs. Rosa-Rot. Ich hoffe, du siehst das und ich würde mich freuen, wenn du mitmachst. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen hoch da lasst und gerne auch ein Abo. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau. Manhattan hat auch wirklich tolle Lacken. Hallo. Da bekommt ihr die wesentlich günstiger und bist. Also hola. Wieso? Nagellack. So viel Nagellack. Ladida-Di-Di-Nagellack. Ich tagge... Keine Ahnung gehen. Ah ja. Tschau. Abonnieren. Abonnieren. Ich warte.